Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Surgeons Simulator 2013 oder auf deutsch 2013 wir haben unsere erste... neben mir ist der Lucas alias Ibn Lathe Entertainment tut mir leid ich stehe heute ein bisschen auf dem Schlauch, ich hatte eine kurze Nacht wir waren hier am operieren und neben mir natürlich der LIM16 klick mal auf Krankenwagen, ach nee wir sind ja gerade im Krankenwagen oder? äh die ist neu oder? was? Britannia Disc, jaja nice klick mal auf Krankenwagen, wenn du da hinkommst noch nicht Udo Operation Herztransplantation, Nierentransplantation Gehirntransplantation ach du Schande ok das erwartet uns noch, wir gehen zurück in den Operationsraum und versuchen uns an einer Nierentransplantation mal zwei mal zwei, oh oh ok schauen wir so wir kommen zu... führe eine doppelte Nierentransplantation durch der Dr. Evil ist momentan an der Hand an der Hand an der Hand ja keine Ahnung ich habe ein ruhiges Händchen immer noch Bob Bob scheint sehr viel durchzumachen dem geht es in letzter Zeit nicht gut und diesmal sind wir unterhalb der Rippen das ist sehr schön, wir müssen keine Rippen doch Rippen müssen wir trotzdem noch rausbrechen weil die Nieren sind ja da oben drunter so ungefähr ja ich schaue mich mal schnell um was habe ich denn hier alles oh ich kann was schreiben soll ich was schreiben das wäre schön ja ja den Schreibblock solltest du nicht nehmen oder solltest einen Stift nehmen einen Anstift komme ich nicht ran da oben da gibt es noch einen Stift ohja also wie schon gesagt ich hatte kurze Nacht gell ah die Uhr meine Uhr mag mich nicht genauso wenig wie meine Ehefrau das so schaffst du es zu greifen ah jawoll da hat er das Ding Parkinson so schade ich glaube die Minie ist kaputt ja hätte oben sind fast ich wie ihn drauf guck mal jetzt sind abgerissene Blätter achso schade das wäre das ultimative Gewicht ich habe es gefunden ich habe es gefunden hast du es gefunden? ich habe es gefunden was ist das? das ist eine Schere glaube ich das ist eine Klemme oder? oder sowas keine Ahnung das ist eine Klemme ganz sicher das ist eine Klemme ganz sicher wird das Leistungsrecht nehmen? Gesundheit ja im OP sah also so eine ganz kreise Sache ja aber du hast sicher weggedreht ist ja alles in Ordnung du hast sicher weggedreht ich habe mich ich war bisher bei ein paar OPs dabei ich habe mich nicht getraut da drin zu niesen oder zu husten ich meine du gehst da mit Mundschutz und allem rein aber ähm ich sehe schon ups ich habe doch nichts gemacht ja bis jetzt verliert er auch noch kein Blut schau mal wir haben eine Spritze und die andere Spritze ist da unten drunter die grüne ist die für Bluthemmung Bluthemmung ja Blutungshemmung genau oh man komm schon ja 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 ich sollte komplett weg damit deine Instrumente frei rumliegen damit die da dran kommen und du die Instrumente gut bedienen kannst perfekt ah so was muss man eigentlich machen ich kann nicht du musst den Darm rausnehmen einfach so einfach so einfach so komm 5 Meter Darm komm schon komm schon komm komm schon komm komm schon komm ja auch glaub du musst du freischneiden ich nehme es an wie schaut man mit dem Dünnarm aus wir haben heute übrigens das erste Mal hat nie durchgenommen wow coole Sache oh man so warum heißt denn der Dünndarm eigentlich Dünndarm weil der Dünner ist aus der Dickgang wow science boah brain fuck Armaged was ist das da what the hell das ist ein Laser da vorne siehst du den Laser ich will den Laser 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 jetzt wird oh mein goooood ne so rum du solltest vorsichtig mit dem Laser sein glaube ich was was haben sie gesagt ich kann sie nicht hören der Laser ist so laut 10 Milliliter sinds schon ähm oh 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 hab ich im Griff ganz ruhig ganz ruhig das hängt hier nur so rum nein nein sie sollten die Blutung stillen stillen sie die Blutung sie haben übrigens da was im Gesicht ich glaube egal wo du es loslässt da wird es einfach oben bleiben passt schon so naja passt schon sie sollten allerdings die Blutung stoppen Herr Doktor Ide aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht ähm ich nehme mal hier die Spritze vielleicht nicht selber stechen ich bin ich bin ich bin sehr schön mein Kollege hat mir letztens gezeigt wie es nicht geht was das funktioniert irgendwie nicht besser fest ins Gesicht ist das ja 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 jetzt sie haben die Blutung gestillt indem sie den ihren Patienten ins Auge gestochen haben ja ja da war ich vielleicht doch ein Skalpel so so wo setzen denn da am klügsten besten dümmsten an einfach in die Mitte einfach zack 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 das ist ja ich glaube da nicht das ist auch nicht ich habe es noch mal mit der Säge die hat mir ein bisschen gefallen hab ich die wieder ja oh kommst du da hin ja ja wird schon wird schon Diazepam weißt du was das ist ich hab's vergessen ich wusste mal das ist ein echtes ja ne da heißt es aber gleich Diazepam mit M am Ende äh mit N am Ende okay ich komm doch nicht ran ne lass mich verarschen ja nimm halt den kleinen Fick ah sehr schön gedreht stilvoll stilvoll wird da die Säge gehalten wir sollten vielleicht erstmal die Knochen machen ja bin da dabei Herr Dr. Evil die Resektion in der Koste ist natürlich immer der erste Schritt okay genau das hätte ich auch vorgeschlagen du kannst schon mal wovon sie reden aber hm ok ja vielleicht müssen wir das unten gar nicht rausschneiden und einfach nur die Nieren mitnehmen das wäre natürlich ähm Herr Ober ich hätte gerne die Nieren jetzt kommst du noch nicht dran jetzt musst du erstmal obere Sache auch noch wegschneiden ich check's gar nicht ganz ach komm schon also Herr Patient sie haben wirklich gut sitzenden Dickdarm der weiß was er will und was er nicht will ist das tatsächlich jetzt auch noch wegschneiden Mann haben sie einen widerspenstigen Körper Knochen halt ähm das ist gesundheitsgefährdend für sich selber ich lebe gerne aber am Grund hören Sie auf mich zu kritisieren oh vorsichtig und mit Schwung vorsichtig mit Schwung und ohne Gleitkrieg oh mit Anlauf komm schon du musst die rechte Seite auch noch schneiden ne was machen sie da Herr Doktor ich ändere mal eine Handhaltung oh sodass sie besser schneiden können ich bin äh Impressioniert hihihi aber ich weiß schon was es noch für so ein Mann ah fast jawoll sie haben den Brustkorb entfernt vielleicht ok vielleicht auch nicht ich muss ein bisschen Platz machen das habe ich doch nicht einfach alles klein Knochenmehl verkauft sich gut heutzutage vor allem Minecraft hihihi oh 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 das war gekonnt zur Absicht ja genau mit dem Zeigefinger jonglieren ja den kriegen sie immer noch nie raus äh ich fände sich selbst die müssen sie äh abtränen so viele Knochenteile so viele Knochenteile wenn ich denen am besten ich vermute ich brauche tatsächlich die die Schere hier ich nenne sie jetzt einfach mal der Einfachheitshalber Darmschere Darmschere du solltest Punkte finden wo man denken könnte dass man abschneiden könnte wie zum Beispiel hier oder hier also da perfekt gut das dürfte nein noch nicht das noch nicht aber stechen sie zu naja das trifft nicht ganz ja sie können die Hand auch weiter drehen perfekt somit haben sie Dünn Darm von Dickdarm getrennt der Laser schwingt fröhlich weiter hin und her oh man ergreifen ist eine andere Sache ne ach der Kollege sie gehen auf den Geist besser auf den Geist als auf den Keks essen sie etwa während der OP sie nicht ja aber nur Fleisch ich glaube da gibt es noch ein paar Punkte wo sie wichtig ist was aber um ich habe ein Grund ja die Knochen machen das ganze ein bisschen unübersichtlich ich fürchte ich kann nicht nur auf die da ist ein perfektes ich höre doch vorher ja und sie haben das Skalpell losgelegt ach ich hab noch ein paar ich komm aber nur nicht mal an die das ist blöd ne 3ml pro Sekunde Blutverlust ich hab grad gesehen machen sie bitte ihr Auge auf danke Isaac Clark genau ich bin dafür dass wir unseren Patienten umbenennen Isaac Clark Mr. Clark ich habe sie spüren gleich ein leichtes Stich grrr 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 vertrauen sie mir vertrauen sie mir vertrauen sie mir ich bin Arzt ah den Punkt sehe ich sogar aber ist es wirklich einer ich hab kein Schimmer wie ganz glücklich gesehen auf gut Glück Geronimo ich glaub nämlich nicht ne das ist es nicht ne das ist es nicht oben müsste irgendwo einer sein der wahrscheinlich das ganze noch abtrennt hier ungefähr wahrscheinlich direkt unter dem Knochen unter dem Knochen Partikel fragment fragment ähm jetzt ist doch ein Geburtsdienst jetzt muss es gehen einmal kurz rütteln und dann geht es schon komm schon zumindest mal die Nieren müssen rauskriegen äh die Leber ja da bin ich gerade dabei aber das geht nicht einfach aber ich verschläge die doofe Spritze hin muss ich nicht selber stechen oh mein Gott ich kann sowas zweifeln sie bei mir Doktor Lenn das war knapp das war knapp diese Handhaltung ja das ist perfekt Auge auf bitte stillhalten dass man über ihr Ohr oder den Hinterkopf geht auch nicht so weit unten hier hier ja perfekt ähm aber ich schnall immer noch nicht was ich hier erst noch durchtrennen oder rausnehmen muss das kann ich dir auch nicht sagen man kommt ja auch überhaupt nicht an die Knochenpartikel ran die Fragmente hehehe oh Nummer eins da können wir eine Knochenbob Transplantation durchführen ja, weil von Mark ist es ja nicht oh man es sind ja keine Knochen von Mark ist ja der Bob die Leber will aber das Spiel will oh, einmal einmal ich muss dir die Leber so besitzen Ticko 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 meine ganze Hand werde ich gesagt oh da hat sich der Knochen gelöst auch bin ich gut, den Knochen solltest du rausholen, der hat glaube ich alles blockiert und sie haben das abgetrennt mit ihrer Hand Konkratulation! Scheiße ich vergessen wir lassen sich gar nicht zu schneiden ich schätze mal für den Dickdamm gibt es noch irgendwo einen Punkt wo sie schneiden müssen ich befürchte es auch fast einen Punkt wahrscheinlich kann ich dir nicht sagen müsste doch eigentlich gehen jetzt irgendwie ja aber wahrscheinlich es ist schwer zu greifen ich glaube wir können es mal lassen ich glaube wir weil wir Dr. Len und ich verstehen es gut wir tun es eigentlich das ist doch cool dem OP soll zu sitzen ist doch witzig Sie da hinten Hallo 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 wie viele Finger zeige ich hallo 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 das ist gut ich habe keine gesehen hast du es doch gerade versucht nicht vorher war ich an einer anderen Stelle oder ich meinte vorher an einer anderen Stelle ja das geht auch nicht versuchen sie es auch hier und versuchen sie es hier und dort und da und ich denke wenn der Operateur irgendwann im OP sagt dann feiere ich das sowas von nein wenn du das Ding dann ist vorbei irgendwo muss sich der Dickdarm noch lösen lassen ich schneide jetzt einfach mal hier ganz wahllos ganz wahllos oh man oh warte achso ja hältst du dir nach oben und will dich loben hallo ist der Finger oh man jawoll yes und da ist der nach Minuten der Verzweiflung da ist der hier lateinischen Begriff für Dickdarm einsetzen kolon ist der Dickdarm oh er ist dick draußen er hängt noch am Knochen aber da ist er so schön in die Schale rein ja genau muss alles hier seine Ordnung haben ja klar jetzt kannst du auch noch irgendwo den Dünndarm wahrscheinlich abschneiden ich muss erstmal glaube ich die Leber rausnehmen erstmal die Leber raus ich vermute ich werde den Laser ne bekomme ich nicht vielleicht muss doch erst den Magen raus dann muss ich nämlich erst den Magen abtrennen ja aber ich sehe gerade nicht da sehe ich es da habe ich es gerade gesehen ich habe es auch gesehen da wo es so leicht genau rosalicher ist als sonst perfekt bern ups hm 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 ich muss mir aber den Pufflers noch keinen Kopf machen oder wo ist eigentlich der Blinddarm hingekommen äh der Blinddarm ist übrigens äh der erste kurze Teil vom äh Dickdarm was du wahrscheinlich meinst ist der Wurmfortsatz ja ist das was rausoperiert wird ja richtig ab und an ab und an ähm so wie kann man doch eigentlich jaaa da sieht man auch so schön die Nieren schon perfekt ach nee mit ihren Haaren laufen das war Herr Ober ich möchte gerne die Nieren ach die Nieren tut mir leid die Nieren sind geradeaus okay ah guck mal die Gallenblase die Nieren hängt noch fest oh jawoll äh die Leber so die Nieren musst du jetzt abschneiden noch ich fürchte es musst du noch abtrennen ich mach das zum ersten Mal grad war 1607 Zeit vergangen fand ich super perfekt erste Niere ab zweite Niere ab also langsam werde ich mich dann demnächst mal ohne Blutverlust kümmern müssen ach der ist noch der ist noch in Grenzen erstmal die Nieren raus neue Nieren rein und dann passt das schon Dr. Evil ja ich bin grad nur etwas sind sie schwer vom Griff der Begriff wäre ein bisschen schlecht gewesen der war fast schon schlecht jaaa na komm dann kriegste jawoll haste haste die kaputte Niere kann man weg machen wo sind eigentlich unsere Ersatz Nieren die sind links ach da du solltest du allerdings nicht verwechseln ach alles auf einen Haufen ach was ist das andere doch auch draußen was solls nein das ist nicht draußen also es ist halt da weißt schon naja ich weiß nicht ob das reichen würde oh sehr schön da sind die zwei neuen Nieren Vorsicht 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 und die Nieren kommen auch an ihren richtigen Platz der Dr. Evil ist echt ein Wunderkind und die andere Nieren muss noch raus Tja muss halt das muss das muss das war knapp versuch mit dem Mittelfinger und Daumen zu greifen ne ist es perfekt und passt nicht was hat der jetzt schon wieder vielleicht solltest du den Dickdamen den restlichen auch noch raus tun oder nochmal neu reinfallen lassen genau den Dickdamen perfekt yeah you've got to be Kidney ein D also natürlich kein A nur ein D und das sind 17 Minuten 54 gewesen ja aber D ist doch das was ich die meisten wünschen und damit vielen Dank fürs Zuschauen wir sagen viel Spaß und auf Wiedersehen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder wieder viel Spaß und viel Vergnügen und wir hoffen wir sind euch nicht auf die Nieren gegangen ему non 9 3 4 5